Bereits zum 18. Mal fand in diesem Jahr die Junge Messe statt. Gemeinsam mit der Stadt Norderstedt und dem Organisator, den Mehrzweckssälen Norderstedt, veranstaltet Norderstedt Marketing e.V. seit vielen Jahren die Berufsinformationsmesse. Viele interessierte Jugendliche fanden den Weg in die Tribüne Norderstedt, um sich an den Unternehmensständen über berufliche Chancen zu informieren. Wir sind tatsächlich Mitbegründer. Vor einigen Jahren haben wir das mal hier mit ins Leben gerufen. Und wir haben in diesen ganzen Jahren, in denen wir hier vertreten sind in der letzten Zeit, immer die Erfahrung gemacht, dass wir hier auf der Messe Jahr für Jahr auch immer junge Leute kennenlernen, die dann ein Jahr später bei uns in die Ausbildung gehen. Gerade die Norderstedter jungen Leute, die wir hier kennen, die Schüler von den Norderstedter Schulen, sind natürlich für uns interessant für den Einsatz hier vor Ort in Norderstedt in den Filialen. Und deswegen suchen wir immer gerne hier auf der Messe nach neun jungen Leuten für den nächsten Ausbildungsjahrgang. Die Jungen und Mädchen erhielten ausführliche Antworten zu ihren Traumberufen und genossen die entspannte Atmosphäre.